ja hallo und herzlich willkommen zurück zu letztlich tft die auf letztens letztes mal haben wir mit 6 nobles Prozent alle auseinandergenommen das war richtig cool also mit dem heftigen war aus der sind mit seinen und die wohnschutz gemacht hat durch die ganze gegner bis wir werden jetzt keine ahnung, wir nehmen mal Garen wegen der hübschen Pfanne die er hat und weil Garen zu 100 Prozent in der ersten Runde drankommt dann können wir ihn gleich hochleveln und wir können gleich wieder auf Nobel gehen ne, ähm ich versuche jetzt mal was anderes ähm, was hatten wir denn noch nicht? einen Ritter haben wir noch nicht, 6x Ritter aber ich glaube 6x Ritter ist überhaupt nicht stark, weil 80 abgebrockter Schaden ist halt nichts also ja da kritiert jemand und ich hab keine Ahnung 20% weniger Schaden ist halt nicht gut und ähm wir könnten ihn ja nein das heben wir uns auf ähm ja natürlich bekomme ich keinen Garen natürlich ähm ähm wir könnten mal Assassinen gehen das waren wir noch nicht das haben wir noch nicht gemacht wobei Assassinen ähm also der Gegner, äh ein Gegner hatte letzte Runde 6, 7 Assassinen und ja gegen Nobel hatten die halt keine Chance aber klar Nobel ist äh der harte Counter von ähm normalen Schaden ich werde ich werde mal versuchen mit Assassinen zu gehen weil ich äh ähm Akali zum Beispiel mag ich total in League of Legends aber habe es hier noch nie ausprobiert ähm also ja versuchen wir es mal mit Assassinen also je nachdem ob wir das bekommen oder nicht ist halt auch immer die Frage mhm so Tristana, Garen ah das bin ich Fiora und Forik ok die letzte Runde hatte der ähm Gegner mit den Assassinen auch ziemlich Pech äh der hat äh Klingenmeister ähm er hat auch äh nicht wirklich äh was gezogen am Schluss für äh hochleveln aber er hat es auch nicht versucht also das war ein bisschen komisch so ein bisschen äh unpraktisch von ihm weil er hatte er quasi ähm 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 er hatte noch äh vier ähm also 40 Gold oder über 40 Gold und ist damit ins letzte Game rein also äh ne war nicht so so optimal okay der ist jetzt auf gar nichts noch gegangen ich auch nicht ich glaube ich gewinn das trotzdem weil ich ja zwei Level 2 hab obwohl der hat halt äh mehr reactor nö 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 also ok alles klar nö Nee ist das erfolgreich echt lucky Klingmeister ich bekomme halt keine Assasin sonst würde ich auf Assasin gehen oder gehe halt irgendwie auf irgendwas den kann man auch schon nehmen er hat solche ich dachte dass das wäre hier doppelt okay jetzt muss ich die nächste Runde auch gewinnen hmm, kein Druck Alter, der will wirklich dass ich ja nochmal auf Nobel gehe oder was ja, das muss ich eigentlich nehmen weil Dida alleine macht nicht genug Schaden und Dida hat halt durch einen Ninja nochmal die 40% mehr Schaden Lernkreatur kann ich eigentlich auch machen weil die beiden Lernkreatur sind uh, ein Blutwürster gleich aus ah, zu spät uh, der hat schon Morgana aber die wird ihn auch nicht mehr retten super das ist gut das habe ich jetzt äh letzter aber ja mal schauen äh, so Assassine, wo bist du? da ist eine Assassine, da ist einer okay okay, also Rengar wäre Nummer 1 für mich, weil ich hatte, er ist auch wild nein, okay, dann nehme ich halt Fiora wegen dem Welt ah, jetzt habe ich eine Assassine bekommen sehr schön ähm, genau, das war das und das war das Titan, genau ähm, ja hier euere Magie kann mir nichts anhaben so das war knapp gerade noch so geswitcht also das ist der gleiche noch mal oder ich glaube schon ja muss eigentlich sein wieso hat er hier die flächen also flächen schaden hier aber wird wieder verliehen passt gerade vielleicht erholte ich mir auch noch mal varus rein für für den push für sie mal eine an dann tausche ich die beiden mal oder dann tausche ich die beiden mal ihn kann ich dann eigentlich verkaufen ja klingmeister ich lasse ihn mal drin weil vielleicht ist er eine gute kombi zu ähm zu assassinen eben okay das verliere ich jetzt das verliere ich ziemlich deutlich nö 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 das gefällt mir nicht da ist ja gut hier ich will aber nicht danke der bleibt hier die beiden so ja na gut du hast gewonnen kauf dir ein 1 die mache ich weg die brauche ich nicht darius ist gut imperial und katharina ist auch imperial und da bekommt einer von beiden double damage und das ist super aber ich könnte auch ein item gebrauchen dämonen und das da vielen dank ja das hat mir alles zerstört hier mhm luschen oder lieber eine assassine weiter aber level 1er ist halt so ey das heißt zu verkleinern ne da warte ich lieber auf den besseren das sollte ich mir jetzt auch mal für safety first ok der geht auch auf wasser das könnte schwierig werden dann wenn mehrere auf assassinen gehen dann sind weniger als dass ihn da natürlich aber ich gebe mir den trust so naja ok der geht weil wieso hat er die da reingehauen weil er natürlich den rest verloren hat assassine und dämonen noch mal assassine wer geht dafür aus ah du gehst dafür aus hm hm da Advanced by the und eine bessere aufstellung Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Ich stelle ihn mal so auf, dann habe ich 2 Assassinen, 3 wären halt kritischer Schaden, uiuiui, aber wen soll ich, ja ok, der geht auch komplett auf Assassinen. Das sieht besser für mich aus. Also noch. Akali will ich unbedingt, aber das wird der Frau mir auch wollen. Was nehme ich stattdessen? Draven, Varus, ich nehme einfach Darius wegen dem Belt, wegen den HP. Sie werden es bereuen, sich in den Weg zu stellen. Ok, jetzt habe ich, oh, Katharina. Den raus, die rein. So. Ich hoffe, du magst es heftig. Hm. Ich hole Nidali raus. Auch die beiden, ah, kann ich nicht, kann ich nicht. Na, da fehlt mir, fehlt mir noch Dead Damage. Ah, ich, 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 äh, ich wollte es ja ausprobieren, oder ich würde es immer noch ausprobieren. Hm. 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 Okay, mal sortieren ein bisschen. Okay, wir haben drei Assassinen, zwei Imperial, sie ist halt dann noch da. Ich glaube, Garen ist besser zum, zum tanken als sie, warte, sie hat gerade 900, der hat 1000, ja. Und er ist noch Ritter, ja, ok. Da habe ich jetzt nicht gut dran gedacht an Ritter. Soll das eine Herausforderung sein? Der geht auf Nobel. Komplett. Hm hm. Okay, dann verkaufe ich Fiora. Und tu ihn rein. Die, ähm, die behalte ich mal für, falls es nicht, nicht klappt. Ich muss halt, ähm, dann bleibt er einfach nur hinten. Das ist auch gut. Das ist super. Okay. Das läuft schon mal ein bisschen besser, denn die bekommt, einer vom, ja, die bekommt das da. Ja, ne. Kommt. Gut. Da brauche ich nur noch Akali. Ja, ich hätte ihm die Heilung nicht geben sollen sollen, sondern Garen. Ah, das war dumm. Weil, äh, er kann sich ja wieder heilen. Und deswegen lebt er länger. Ja, da. Akali. Richtig. Aber wohin? Ähm. Hm, 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 hm. Mal sehen, worauf Siege machen sind. Okay. Äh, wir verlieren gerade relativ viel, aber das ist in Ordnung. Ah, ich wollte gerade tauschen. Der hat auch schon Level 3. Aber den besiege ich. Ja, okay, ich bin jetzt nicht mehr Level 1, sondern, äh, ganz oben, sondern ganz unten und der besiegt mich. Und zwar heftig. So, hm, 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 hm. Was ist hier, ne? Gerade noch gesehen. Ah, das, das ist ärgerlich. Ah, sehr ärgerlich. Warte, ich hab... Warte, ich hab... Mit ihr hab ich 5 Assassinen. Zu wenig. Ah, das ist der gegen Assassine. Ah, das ist der gegen Assassine. Also... Achso, okay. So, jetzt bin ich fast offen. Wen nehme ich? Pike ist, ähm, auch ein... Eine Assassine. Dann hab ich 6 Assassinen insgesamt, plus 350 kritischer Trefferschaden. Mal schauen, ob das ausreicht. Hm. Bin mal gespannt. Aber, ähm, wahrscheinlich wird's nicht ausreichen für die Level 1er. Ja. Ja, hier ist noch ein K6. Ähm. Okay. Hier. Und hier. Fürchte die Lehre. Das sind jetzt mal... Das sind jetzt mal 6 Assassinen. Jump, jump, jump around. Aufwärts geht's! Ja. Ja, Ping ist hier ja egal. Nur Spielsinn nicht. Die, die andere spielen. Okay. Hm. Also einmal hab ich schon mal gew- hm, gewonnen. Moment, das ist... Crap. Hm. Ich schaue für meine Clown. Okay. Katharina noch. Ich glaube, ich verkauf den. Hm. Und dann, warte. Ich schau mal kurz nach, was ich brauche für eine Assassine. Ah. Ah. Ein Blade. Brauche ich. Nein, der hat ein... Wow. Okay. Eveline hat's voll gerockt hier. Nice. Not bad. Not bad. Katharina. Dämon. Oh. Hallo. Dämon ist auch gut. Ja komm. Dann hab ich zwei Dämonen. Dämonen. Level up. Okay. Das passt. Uh, das ist cool. Der... Der... Der arme... Darius, der muss alles tanken. Okay. Äh... Solari. Hm. Ähm... Ah, das ist auch lustig. Aber das... Das mache ich noch nicht. Ich hoffe, du magst es heftig. Äh... Ja... Nein. Gut. Wer ist denn der andere Assassinspieler? Der nicht. Der nicht. Der nicht. Der zum Teil. Der da. Der ist fast tot. Mal schauen, ob ich den schaffen könnte. Also... Akali brauche ich noch. Uh, der ist gut. Da muss ich da rein. Nein. Da komme ich nicht rein. Das war ich. Au. Wow. Okay. Das war ein bisschen zu doll. Au. Der hat richtig gebrannt. Ähm... Ohne Gnade. Okay, dann heißt das All in gehen. Nach Adam Riese. Ich hoffe, du magst es heftig. Hm... Auch hier. Ich habe den gerade nicht gekauft, oder? Wegen... Na... Ja. Ja, okay, das war's. Nein, Schniff, okay, Assassin, habe ich probiert, hat nicht funktioniert, also das heißt, dass Assassin voll lame sind, nicht wahr, das heißt, man kommt, also man muss halt immer schauen, was die anderen nehmen und der andere hat auch Assassin genommen, das heißt, wenn zwei Assassin nehmen, das geht nicht so gut, ja, trotzdem wollte ich es mal probieren, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bye.